Herzlich Willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Vielleicht beschäftigst du dich auch mit der Frage, was erwartet mein Trainer eigentlich von mir in dieser Winterpause? Womit sollte ich mich beschäftigen? Ja, was sind vielleicht auch die Inhalte, die ich konsumieren sollte? Und was kann ich überhaupt auch tun neben dem Platz, um mich weiterzuentwickeln? Und da kann ich natürlich auch aus Trainersicht sprechen, denn ich bin ja Trainer und ich wünsche mir natürlich auch etwas von meinen Spielern. Und das ist das folgende. Natürlich in erster Linie erstmal sich zu entspannen, auch mal zu regenerieren. Auch das ist vollkommen klar. Du kannst auch mal die Zeit nutzen, jetzt gerade in den Weihnachtsferien, um auch mal Zeit mit deiner Familie zu verbringen, mit deinen Freunden zu verbringen, um dich zu regenerieren. Ja, was nicht bedeutet, dass du vielleicht irgendwie den ganzen möglichen Mist in dich rein essen solltest, sondern was heißt beispielsweise, lass dich mal wirklich durchmassieren, benutze die Blackroll, mach mal eine Kite-Warmdusche, dehne dich mal regelmäßig, mach Mobilitäts-Workouts. Also all diese Dinge, die du vielleicht in letzter Zeit vernachlässigt hast. Das ist ganz, ganz wichtig, um in erster Linie erstmal den Fokus auf deine Gesundheit zu legen. Vielleicht hast du eine sehr anstrengende Saison und deine Muskeln brauchen auch einfach mal ein bisschen Entspannung. Das Zweite, was sich eigentlich jeder Trainer wünscht, ist, dass man sich natürlich so ein bisschen fit hält. Ja, das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen musst. Es heißt nicht, dass du auch an den Weihnachtsfeiertagen irgendwie hart schuften musst. Es heißt aber einfach, dass du auch regelmäßig vielleicht laufen gehst, dass du vielleicht auch mal regelmäßig Krafttraining gehst, weil nichts mag der Trainer weniger, als wenn er am ersten Tag nach den Weihnachtsferien Mannschaftstraining hat und irgendwie jeder Spieler, jede Spielerin 5 Kilo zu viel auf den Rippen hat. Ja, weil man irgendwie zu viel Weihnachtskekse gegessen hat. Das ist irgendwie ungünstig. Das heißt, halte dich fit, achte auch ein bisschen auf deine Ernährung und schau eben, dass du jetzt nicht komplett unfit zum ersten Mannschaftstraining im neuen Jahr kommst. Und das Dritte, was sich auch jeder Trainer wünscht, ist, dass man sich so ein bisschen mit sich selbst so auseinandersetzt, gerade hinsichtlich der eigenen Zielsetzung. Ja, womit, wo möchte ich mal hin? Dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie zum Mannschaftstraining kommt im neuen Jahr und den Trainer fragt, welcher Platz sind wir eigentlich gerade? Und der Trainer fragt dich vielleicht, was sind so deine Ziele? Und du sagst, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Das heißt, stell dir mal wirklich die Frage jetzt in diesen Weihnachtsferien, okay, wie war ich jetzt in dieser Saison? Ja, also was beispielsweise ist mir gelungen, was ist mir nicht so gut gelungen? Konnte ich meine Ziele erreichen? Und was wünschst du dir von dir persönlich und von deiner Mannschaft im neuen Jahr? Und dann gehst du damit mal bewusst zum Trainer im neuen Jahr und sagst, ey Trainer, meine Ziele für diese Saison ist das und das. Ich würde mir wünschen, mit der Mannschaft das zu erreichen. Das kommt sehr gut beim Trainer an und du denkst dich direkt, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da möchte jemand hoch hinaus. Das sind so die drei Sachen, mit denen sich auf jeden Fall jeder Trainer beschäftigt oder die jeder Trainer auch irgendwo von einem Spieler erwartet. Und wenn du jetzt persönlich sagst, ja, ich möchte das, ich möchte mich auch speziell nochmal mit dem dritten Aspekt auseinandersetzen, auch mit dem Thema Zielsetzung und möchte dann auch gerade, um gut in die neue Saison zu starten, alles Mögliche dafür tun, dann sagen wir dir, wir haben den perfekten Start für dich 2024. Wir möchten dich unterstützen und das machen wir folgendermaßen. Wir haben einen Probemonat Next Level Mentoring für dich. Das heißt, du kannst dich dafür bewerben, ein Monat lang mit uns zusammen zu arbeiten. Das heißt, du hast den Zugriff auf über 215 Lehrvideos, sowohl praktische Übungsvideos auf dem Platz, als auch theoretische Lehrvideos über Themen wie Taktik, Ernährung, Regeneration. Du bekommst jede Woche einen eigenen Trainingsplan von uns persönlich, der sich natürlich individuell anpasst an deinen Mannschaftstrainingstagen und dann, wann du Zeit hast. Und du hast jede Woche im Januar ein Meeting mit uns persönlich, wo du auch uns die Fragen stellen kannst, die du vielleicht nicht traust, deinen Mannschaftstrainer zu fragen. Oder einfach ganz andere Fragen, die du einfach auf deiner Seele hast, die auf deinem Herzen irgendwie ja gerade noch so sind und die dich beschäftigen. Das ist unser Probemonat Next Level Mentoring. Wir werden eine eigene Community daraus schaffen. Und du kannst dich ganz kostenlos dafür bewerben und dann auch kostenlos dabei sein. Uns ist nur wichtig, dass da all diejenigen Spieler und Spielerinnen dabei sind, die wirklich hoch hinaus wollen. Es wäre schade, wenn wir dann jemanden nehmen, der eigentlich so gar nicht intrinsisch motiviert ist. Das heißt, der eigentlich sagt, ja, ich bin aber gar nicht wirklich bereit, auch den Trainingsplan zu machen, den ihr mir gebt. Deswegen ist uns wichtig, dass du dich bewirbst. Ja, ich sage dir gleich noch, wie du das machen kannst. Dann stellen wir dir eine Frage, auch per Mail. Und du dann einfach sagst, ja, mir ist das wichtig, dort dabei zu sein, weil ... Dass du dann deine Argumente eben bringst, warum du unbedingt am Start sein möchtest. Wie kannst du dich bewerben? Klick den ersten Link unten in der Videobeschreibung an. Dort kommst du direkt zu Next Level Managing, zur Bewerbung. Du hinterlässt deine E-Mail-Adresse ganz kostenlos. Und wir schicken dir dann eine Mail, wo wir dir eben die Frage stellen, hey, warum willst du unbedingt am Start sein? Und dann kannst du uns eben deine Argumente liefern. Und dann bist du hoffentlich am Start. Im Januar kannst du alles aus dir herausholen. Und im besten Fall hast du dann schon die Erwartungen deines Trainers erfüllt, die du jetzt in dieser Winterpause machen solltest. Also, sei am Start. Wir freuen uns darauf, wenn wir mit dir zusammen beim Probe-Monat Next Level Managing arbeiten dürfen. Ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen, als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.